Willst du zu Livemusik tanzen? Dann gehst du am besten ins Dancing Sonne in Etzge, ins neue Dancing Bunker in Leibstadt oder in Adler in Stein. Übrigens, gehst du doch vorher in die Sonne in Etzge in einer gemütlichen Ambience gut essen? Also vergiss nicht, Sonne Etzge, Bunker Leibstadt, Adler Stein.